Ja, herzlich willkommen zurück. Ich bin Cito und ihr seht, geht Let's Play Spider-Man 2, die Konsol-Version. Ouch. Tante Meia haben wir in der Bank getroffen und Octavius ist erschienen mit seinen Schergen. Und diese Schergen müssen wir jetzt verprügeln. Die Sonnenbrille steht dir doch. Sehr schön. Ouch. Sag Gute Nacht, Schatz. Au. Runter von mir. Loslassen. Zum Glück bin ich heute gemächtigt. Lauf nicht mit der Schergen. Dann sich den Mann raus. Au. Und zack. Octavius ist nur noch da. Oktavius ist nur noch da. Tür ist zieh. Bisschen Zeit gewinnen. Ich will Ihnen doch helfen. Yo. Octavius, Pai ist besiegt. Du legst dich auf Kosten der alten Frau mit dir an. Nein. Okay, das heißt wir prügeln. Wir erweitern die Schergen. Jetzt schalten wir den Gern. Dann höher. Bam. Ihr habt euch die falsche alte Dame rausgesucht. Genau. Finger weg von hier. Ich krieg dich. Verlassen jetzt ist nicht möglich. Veränder dich doch mal. Au. Ah. Scheiße. Jetzt kommt der Teil. Da wurde umfällst. zack. Okay. Dann geschieht Ihnen nichts. Okay. Hinter Octavius herrasen. Zack. Oh, noch 20 Sekunden. Hüpp. Ah, scheiße. Tot. Mission wiederholen. Hoffentlich starten wir von draußen. Okay. Oh. Im Hubschrauber. Am Hubschrauber drangehängt. Direkt auf den Bahngleisen. Ich hoffe, dass ihm ihr Leben mehr wert ist als das von Rosie. Oh. Ach du Scheiße. Hüpp. Und. Zwisch. Jetzt bist du sicher. Weg ist er. Unglaublich. 1.800 verdient. Jo. Hälfte der hellen Punkte haben wir schon mal. Hey. Spidey. Das heißt, noch ein bisschen rumspringen. Er gibt dir die Schuld an Roses Tod. Das überrascht mich. Ich glaube nicht. Ja, was ist denn? Ich heiße Spider-Man und bin heute ihr Sucht. war das bei Welt. Kriminelle mit Superkräften greifen an. Mit Superkräften? Ich will nicht sterben. Geht uns mal besser alle aus dem Weg. Typen in Kostüm. Das ist aus dieser Stadt geworden. Also die. Oh, gerade aber echt billige Helfer. Jo. Schärfen sind nicht mehr. Jetzt wollen wir mal warten, dass die den Leuten was aus den Taschen klauen, das gehört sich einem Ganoven nicht. Und da hinten auch nochmal eine Besicherung ein. Sucht euch doch was krisensicheres. Pass auf! Plus 1,5. Kein Problem. Zack. Spidey, unser Hey! Spidey! Ja, ich rede mit dir! Hilfe! Ich höre Schüsse! Okay. Schüsse? Ich kümmere mich darum. Da kann man schnell zu Fuß hinlaufen. Eigentlich. Pass auf! Der Litzspiel ist da! So, Nummer 2. Jetzt kommt der Teil, wo du umfällst. Jetzt kommt der Teil, wo du umfällst. Hier hast du deinen Ballon zurück, Kleiner. Jetzt kommt der Teil, wo du umfällst. Wollen wir auch hoffen. Okay, noch 1000. Dann haben wir es geschafft. Sieh nur, da fällt gleich jemand. Ich schaffe das nicht mehr. Oh oh, jetzt aber schnell. Häpf. 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 Auf dem Dach. Auf dich. Alles wird gut. Abgesetzt. Das war's. Danke. Das war's dann für mich. Okay, eine Sache mach ich noch und dann sag ich tisch bis zur nächsten Folge. Hast du schon mal gefragt, Spidey? Du musst ihm helfen Wenn er nicht schnell ins Krankenhaus kommt Dann Ja Ja wird gemacht Keine Sorge Er ist so weit wieder Hilfe Bitte nicht brechen Und ab die Post Ich bin schlafen Weiß ich Da sind wir Jetzt wird alles gut Bin gerettet Okay Und ich sage Tschüss Bis zur nächsten Folge Tschüss 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 Vielen Dank.